sehr geehrte damen und herren herzlich willkommen bei einem weiteren video hier von youtube bei namen hasseptai heute aus der provinz chantaburi hinter mir zu sehen der grand canyon chantaburi etwas schwer zu finden in google maps hat es dann funktioniert die straße etwas schmal die hier hoch führt ein paar hunde die hier bellen ansonsten ziemlich ruhig außer der felsformation hat es nicht viel aber für ein zwei fotos auf hier mit schönem wasser noch mit schönem see dann hier die felsformation noch ziemlich heiß ich denke auch für ein eigenes video wird das jetzt hier zu kurz sein ich werde noch irgendeine attraktion aus chantaburi dranhängen also grand canyon chantaburi und dann mal gucken was ich mir heute noch angucke bin ja jetzt noch zwei tage hier in der provinz unterwegs tröpfelt auch leicht aber an sich auf jeden fall schön anzusehen so liebe zuschauer vorher noch am grand canyon in der provinz chantaburi gewesen jetzt hier eine zweite sehenswürdigkeit gewunden am strand vom lemsing wo auch mein resort sich befindet also strand lemsing provins chantaburi hier am watkau lemsing watkau steht natürlich für weiße tempel hier direkt am strand in lemsing und zwar genau hier der weiße schreien wirklich sehr schön hier mit der brücke über die ich auch fahren musste mit meinem mietwagen um von dem festland dort drüben hier her zu kommen dann hier ein haufen boote auch angelegt ihr seht es ich glaube irgendwie wäre es auch möglich bootstour hier zu machen aber das ist jetzt bei diesem haufer tag nicht mein ziel habe ich an partei auch schon mal gemacht zur bootstour sind immer was feines so nochmal die brücke so watkau lemsing ich mag ja alle weißen tempel in thailand in partaya habe ich auch schon mal so einen an der sukubit entdeckt mit nähe mini siam habe ich immer was besonderes von der farbgebung so wie auch noch mal könig taxin der große in provinz chantaburi öfters anzufinden wird auch hier in diesem tempel mit diesem kleinen schrein geehrt so liebe zuschauer das war es jetzt von den eindrücken hier provinz chantaburi wie gesagt grand canyon vorhin und dann circa 20 minuten 25 minuten weiter hier am strand der watkau lemsing etwas windig jetzt auch geworden falls ihr fragen haben solltet schreibt gerne was in die kommentare und dann bedanke mich bei uns einschalten und wir sehen uns beim nächsten video hier auf meinem youtube kanal alles gute und bis bald heißt dass dump